Untertitelung im Auftrag des ZDF 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 Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Untertitelung. BR 2018 Applaus Ein erster Einsatz auf einem S2000 und dann gleich zwei Tage lang Druck gemacht auf den neuen Staatsmeister. Im Endeffekt ein hervorragender zweiter Platz, muss man sagen. Wichtiger gegangen mit dem ersten Einsatz. Applaus Schollracing gehen auf die Schotzeier zieht sich S2000. Als Nächsten kommt der triplazierte RSI. Applaus Schollracing 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 Applaus Schollracing Vielen Dank.